Ich begrüße Sie zum Teil 8 unseres Infodienstes. Für heute habe ich versprochen, genauer darüber zu reden, worin die Ursachen der erstaunlichen Wirkung des Vivotom Premium liegen. Es heißt ja, dass die Hochtonfrequenztherapie mit Vivotom Premium Großes gegen die Schmerzen selbst und deren Ursachen bringt. Ich selbst kenne bisher keine andere Schmerztherapie als die Hochtonfrequenztherapie, die das so erfolgreich bewerkstelligt und dabei auf riesigen Gefahren und Folgeerkrankungen verzichtet. Nun mag diese Feststellung in Deutschland nicht so viel bedeuten. Wir leben zwar in einem Land, wo über 57 Prozent der über 40-Jährigen unter Rückenschmerzen oder Gelenkschmerzen leiden. Die medizinische universitäre Ausbildung in Deutschland verlangt für werdende Ärzte jedoch noch lange nicht verfügbares obligatorisches Fachwissen. Und das im 21. Jahrhundert. Ja, die Erfolgsquote der Hochtonfrequenztherapie ist wirklich sehr verblüffend. Man bedenke dabei, dass sie ohne Nebenwirkungen erreicht wird. Ich habe mir erlaubt, für Rückenschmerzen, Gelenkschmerzen, Nervenschmerzen, Monatsschmerzen und Schmerzen nach Sportverletzungen, die Ergebnisse nach 20 Jahren Beobachtung in einem kleinen Buch zu veröffentlichen. Diese Veröffentlichung scheint so interessant zu sein, dass das Buch jetzt schon in der dritten Auflage vorliegt. Der Leser erfährt darin genau, wie sich die Ergebnisse darstellen, verteilt auf Anwendungen mit stationären und mit mobilen Geräten für die verschiedenen Indikationen, also Rückenschmerzen, Gelenkschmerzen und so weiter. Über diesen Link erhalten Sie diesen noch immer umfassendsten Report in Sachen Hochtonfrequenztherapie. Der Link lautet www.schmerzchen-was-tun.de Dort ist das E-Book für 3,97 Euro zu haben. Nur habe ich mir ja heute die Aufgabe gestellt, weniger darüber zu berichten, dass diese Erfolge eintreten, sondern mehr zu erklären, warum das so ist. Hier erst einmal im Text die bildliche Darstellung des Miniaturgerätes, einmal in der Aufbewahrungsbox und dann in der Anwendung bei Rückenschmerzen, also hier im speziellen Fall beim Bandscheibenvorfall. Die Methode der Hochtonfrequenztherapie basiert auf ersten theoretischen Überlegungen von Martin Gildemeister, die erstmals im Jahre 1913 veröffentlicht wurden. Das ist kein Schreibfehler oder Versprecher. Es war wirklich vor über 100 Jahren. Die Grundidee der Hochtonfrequenztherapie basiert auf der Erkenntnis, dass elektrische Veränderungen im lebenden Gewebe immer mit biochemischen Veränderungen einhergehen und auch umgekehrt. Die elektrischen Eigenschaften der in Organismen anzutreffenden Substanzen bilden die Grundlage ihrer biochemischen Eigenschaften im Stoffwechsel. Bei der Entwicklung eines erfolgsversprechenden Therapieverfahrens sollte möglichst auf die natürlichen Vorgänge einer Zelle oder des Zellverbandes geachtet werden. Das geschieht am besten durch Zufuhr von elektrische Energie, wie das bei der Elektrotherapie gemacht wird oder durch Zugabe von chemischen Substanzen, wie dies bei der medikamentösen Therapie geschieht. Beide Therapiearten werden sehr erfolgreich eingesetzt, haben aber auch Bereiche, in denen sie noch erheblich verbessert werden können. Die Hochtonfrequenztherapie unterstützt die natürlichen Vorgänge in biologischem Gewebe, indem simultan die bioelektrischen, also Elektrotherapie, und die biochemischen, also medikamentöse Therapie, Abläufe gefördert werden. Im Folgenden sollen die beiden Therapiearten, aus denen die Hochtonfrequenztherapie zusammengesetzt ist, kurz beschrieben werden. Zunächst zur Elektrotherapie. Elektrotherapie oder Elektromedizin ist die Bezeichnung für therapeutische Anwendungen von elektrischem Strom in der Medizin und in der physikalischen Therapie. Für einige der Verfahren werden synonym auch die Begriffe Reizstromtherapie oder Feinstromtherapie genutzt. Gemeinsam ist dieses Verfahren, das während der Anwendung gleich oder Wechselströme den Körper oder Körperteile durchfließen. Zellen haben einen Mechanismus, welcher sie veranlasst, auf von außen eingebrachte Frequenzen durch Adaption zu reagieren. Das heißt, sie lassen sich nur kurzzeitig beeinflussen und vermeiden möglichst weitere Zellreaktionen auf die angelegte Frequenz. Die herkömmliche Elektrotherapie hat dadurch mit nur circa zwei Sekunden eine viel zu geringe Wirkungszeit der Frequenzen. Das ist aufgrund der zu kurzen Zeit somit biologisch wirkungslos. Auch ist eine direkte elektrische Beeinflussung der Zellen nicht möglich. So ist die Wirksamkeit der Elektrotherapie sehr begrenzt. Medikamentöse Therapie. Die Möglichkeiten der Pharmakotherapie sind weitläufig und gut bekannt. Die Nebenwirkungen können aber in manchen Fällen erheblich sein. Auch relativ schnell nachlassende Wirkung ist ein gravierendes Problem der medikamentösen Therapie. Kommen wir nun zur Idealtherapie. Die ideale Therapie für eine Kombination aus Elektro- und Pharmakotherapie, wobei die Nebenwirkungen, die besonders bei der Pharmakotherapie zu beobachten sind, möglichst ausgeschaltet werden. Eine weitere Forderung an eine solche Therapie ist die Möglichkeit, bioelektrische und biochemische Wirkung gleichzeitig im Zellgewebe hervorrufen zu können. So könnten die natürlichen Vorgänge in einer Zelle oder in einem Zellgewebe am besten unterstützt werden. Gesunde Zellen würden dabei gestärkt, kranke Zellen soweit wie möglich wieder aufgebaut. Wir sprechen von Zellkommunikation, Zellkoordination und Zellkooperation. Wie funktioniert die Hochtonfrequenztherapie? Die Hochtonfrequenztherapie wurde nach diesen vorstellenden Überlegungen entwickelt und kommt deshalb den Vorstellungen der Idealtherapie sehr nahe. Erstens der Verzicht auf Ionisationsströme ist vorteilhaft. Zweitens die Verhinderung der Zelladaption dehnt die Wirkungszeit auf die volle Behandlungszeit aus. Drittens die Eindringtiefe der Frequenzen ins menschliche Gewebe ist unbegrenzt. Viertens Hochtonfrequenztherapie ist hundertfach besser als TENS bezogen auf die Anzahl der generierten Aktionspotenziale. Und fünftens zielgerichtete Verbesserung der Zellkommunikation, Zellkoordination und Zellkooperation ist im Ergebnis vorteilhaft. Um die Wirkungsweise zu erläutern, werden zunächst nachfolgend zwei Beispiele angeführt. Erstes Beispiel. Jemand, der erstmals seiner großen Liebe begegnet, errötet zu diesem Zeitpunkt. Das passiert unabhängig von seinem Wollen. Der Vorgang der Erweiterung der Blutgefäße im Gesichtsbereich, welcher als Erröten sichtbar wird, erfolgt durch den Sympathikus im Körper und die von ihm gesendeten Frequenzen. Die Zellvorgänge der Blutgefäßerweiterung in diesem Beispiel und damit sichtbares Erröten werden über Frequenzen vom Sympathikus Parasympathikus gesteuert. Zweites Beispiel. Jemand, der sich erschreckt oder ekelt, dem sagt man nach, dass er vor Schreck erbleichte. Nichts anderes als eine Blutgefäßverengung wurde in diesem Fall durch die Frequenzen vom Sympathikus Parasympathikus im Körper gesteuert. Diese zwei Beispiele zeigen, dass komplizierte Abläufe durch Frequenzsteuerungen in unserem Körper üblich und natürlich sind. Geräte, die mit der Hochtonfrequenztherapie arbeiten, machen das Gleiche. Das Verfahren der Hochtonfrequenztherapie arbeitet mit elektromagnetischen Frequenzen aus dem Bereich zwischen 4000 und 12000 Hertz und kann dadurch die Zellen unseres Organismus positiv beeinflussen. Im Gegensatz zur herkömmlichen Elektrotherapie werden keine Anteile von Gleichstrom verabreicht. Somit wird keine Ionisation in den menschlichen Gewebezellen erzeugt. Die mit einer Ionisation verbundenen schädlichen Erwärmungen, Ladungsträgertrennungen und somit stofflicher Trennung von Zellbestandteilen wäre naturgemäß körperfremd. Die Hochtonfrequenztherapie wird nicht als Reizstrommethode eingesetzt und unterscheidet sich demzufolge davon erheblich. Die Hochtonfrequenztherapie regt Zellvorgänge bioelektrisch und biochemisch zugleich an, wie es im Körper bei voller Gesundheit rein natürlich von selbst funktionieren würde. Sprechen wir jetzt über Zellkommunikation, Zellkoordination und Zellkooperation. In unserem Körper wird vieles rein physiologisch über Frequenzen gesteuert. Erregbare menschliche Körperzellen wirken bioelektrisch als Dipole. Sie haben eine sogenannte elektrische Vorspannung, das heißt einen Pluspol und einen Minuspol. Damit werden bioelektrische Vorgänge möglich, die lebensnotwendig sind. Zellen sind aufgrund ihrer bestehenden elektrischen Zellpotenziale, das sind beinahe 100 Millivolt, durch elektromagnetische Wechselfelder in ihrer räumlichen Position und Lagerausrichtung beeinflussbar. Sie bewegen sich also in diesen Feldern. Sie können über die elektromagnetischen Felder bewegt werden. Dies macht sich die Hochtonfrequenztherapie zunutze. Die Frequenzen gelangen über die Elektroden des Gerätes an die Zellen der Haut. Erregbare Nerven- und Muskelzellen geben diese Frequenzen stark vervielfacht weiter an benachbarte, erregbare Zellen. Jede getroffene Zelle erzeugt dabei mehrere hundert Aktionspotenziale und sendet sie aus. Die im Labor gemessenen Werte lagen zwischen 300 und 800 Aktionspotenzialen pro angeregte Zelle. Dadurch werden wiederum Millionen benachbarte Zellen getroffen, die Gleiches tun und so die Frequenz weitergeben. So setzt sich der Prozess im Gewebe weiter verbreitend fort. In der Frequenz der über entsprechende Geräte zugeführten Schwingungen bewegen sich Moleküle und Zellbestandteile im menschlichen Körper in komplizierten Formen. Das sind Oszillation, Drehung, Schwingung und in sich Verdrehung aufgrund der oben beschriebenen Dipolcharakteristika. Das hat zur Folge, dass die Zellkommunikation eingeregt wird. Man kann schon sagen, dass sie erzwungen wird. Dieser Zellkommunikation folgen dann Zellkoordination und Zellkooperation. Durch Frequenzen von außen erzwungene Schüttelbewegung der Zellen verbessern den Stoffwechsel. Notwendig ist, dass überall dort, wo es aufgrund von Abnutzungen, Verletzungen oder Erkrankungen des menschlichen Gewebes zu Defiziten gekommen ist. An dieser notwendigen Zellkommunikation fehlt es besonders bei Menschen, die unter akuten oder chronischen Schmerzen leiden. Das ist zum Beispiel bei Arthrose und anderen Gelenkerkrankungen der Fall. Aus der verbesserten Zellkommunikation ergeben sich Zellkoordination und Zellkooperation im gesamten menschlichen Organismus. Das heißt nichts anderes, als dass den geschwächten, vielleicht erkrankten Zellen durch Mehrversorgung mit Nährstoffen und Energiezufuhr geholfen wird. Es werden Reparaturprozesse ermöglicht. Den geschwächten oder verletzten Zellverbänden wird geholfen. Sie werden dabei energetisch gestärkt. Die Entsorgung von unbrauchbaren Abprodukten, man spricht oft auch von Schlaggestoffen, wird beschleunigt. Diese fließen über den Flüssigkeitsaustausch zielgerichtet ab. Sprechen wir jetzt über bioelektrisch und biochemisch. Die Leitungswege für Nervenfunktionen, die für die lebensnotwendige Zellkommunikation unbedingt erforderlich sind, werden wieder aufgebaut. Besonders die Verbindungen zwischen den Nervenzellen, das sind sogenannte Zell-Zellkanälchen. Diese werden wieder durchlässig, nachdem sie zuvor von blockierenden Botenstoffen gesäubert wurden. Flüssigkeit zum Ver- und Entsorgen tritt wieder verstärkt in die Zelle ein. Dem Körper kann auf natürlichem Wege mittels Anleitung zur Selbsthilfe geholfen werden, mit diesen schmerzhaften Entzündungen einfacher fertig zu werden. Große Bedeutung haben dabei die komplexen Frequenzabläufe, die alle durch die Gerätetechnik erzeugt werden. Hochtonfrequenztherapiegeräte ahmen diese gewünschten natürlichen und physiologischen Abläufe im Körper nach und erzielen dadurch dieselben Effekte, wie es bei den natürlichen Prozessen wäre. Hochtonfrequenztherapie bewirkt also, dass Defizite ausgeglichen werden. Zusammenfassend. Die Hochtonfrequenztherapie wird unter anderem mit dem Gerät Vivoton Premium eingesetzt. Natürliche Zellprozesse nutzen elektromagnetische Frequenzen im menschlichen Körper zur Zellregeneration. Mit den Hochtonfrequenztherapiegeräten geschieht das ersatzweise von Menschenhand erzeugt durch Medizintechnik. Die beiden großen Fähigkeiten zu erstaunlichen Effekten gegen Schmerzen und deren Ursachen liegen offensichtlich in der unbegrenzten Eindringtiefe und der Umgehung der Zelladaption. Ich gebe zu, dass es heute um etwas Komplexes und nicht immer sehr Anschauliches ging. Umso mehr danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. In dem nächsten Infodienst morgen wird es etwas anschaulicher. Sie erfahren dann, wie es passiert, dass eine Arthrose schmerzfrei wird und das Gelenk wieder seine Stoßdämpferfunktion für lange Zeit zurückerhält. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.